Moment, sagtest du nicht, dass Monika... Monika? Ich hab's doch gesagt, ich muss nach der Schule noch in den Hort, Papa. Weil Biersig sagte, dass du zu Mittag ist und vorbeikommst. Du kommst ja auf Ideen. Okay, ich muss jetzt auch los. Wir können ihn immer noch verkaufen. Bischig kennt einen guten Koffer. Er zahlt bar. Wir verkaufen ihn nicht und du geh lieber wieder in die Arbeit. Der Kunde wartet. Halt mich fest! Ich hab dich... Ich hab dich...